Die HVC-Universität ist ja noch nicht ganz fertig, sie ist im Bauen, sie wird auch Anfang des Jahres eröffnen, aber die Hochbahn hat gesagt, wir haben eine Attraktion hier, die wir vorführen können, die wollen wir auch vorführen. Und heute erstmalig, so Preview, eine Licht- und Tonshow, sieben Minuten dauert das kleine Spektakel. Ich glaube, es ist spannend anzuschauen, in dieser Atmosphäre und auch mit den Farben und Musik, ich glaube, eine ganz schöne Sache. Also die Besucher können sich das Spektakel hier anschauen, an jedem Wochenende, Samstags und Sonntags und am Feiertag, immer ab 11 Uhr und dann immer zur vollen Stunde, kommt dann hier diese Lichtshow. und dann hier diese Lichtshow. – … Untertitelung des ZDF, 2020